Wir begrüßen ganz herzlich viele, viele Wegbegleiter von CUBACI. Ihre Frage zu beantworten, welche Verbindung ich zwischen Berlin und CUBACI sehe? Lassen Sie mich etwas weiter ausholen. Sobald ich es sehe, haben Berlin und CUBACI eins gemeinsam nichts funktioniert. Alles kommt etwas schleppend in Gang. Das für 14 Uhr letzten Jahres um die gleiche Zeit angekündigte Musikprogramm fängt langsam schleppend an. Wir sehen es parallel mit der Einrichtung von großen Käsen. Ich bin einigermaßen entsetzt, wenn so die Zusammenarbeit zwischen den ritalistischen Kurern und dieser verkommenen Stadt aussehen soll, dann kann das auf beiden Seiten nichts hören. Ich bin einigermaßen entsetzt, dass wir uns lieben, noch in dreimal hundert Jahren. Ich bin einigermaßen entsetzt, dass wir uns lieben, noch in dreimal hundert Jahren.